Klopf, klopf! Klopf, klopf! Da oben ist was drauf, ne? Was hab ich denn abgebaut da oben? Weiß ich nicht. Gelernt, wie man Omelette herstellt. Ich kann Omelette machen. Eben, ich muss mal gucken, Mensch. Bar Kartoffeln. Eine. Reis. Drei. Ostemel. So. Drei. Oh. Drei. Oh. Ah. Da ist jemand. Aua. Lelosch. Dein du. Er schläft. Drei. 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 Wo wollt der hin? Ah, da unten ist noch. Ah. Fuxi. Fixi. Fuxi. Fuxi. Fixi Papa, Fixi! Du gehst schon weg davon Gut Uah Was ist das für ein Gemüse? 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 Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hm Ich hab'n riesen Fieber Oh, Wolf da unten Ist er lieb? Der macht nichts Ah ne Aua Vorsicht, nicht zu weit springen Also ich kann mich nicht an diese Blume erinnern, ne? Wo sind wir eigentlich gelandet nochmal? Was? Echt heftig Hä? Ich kenn' den Planeten gar nicht Ja Lampen mitnehmen Oh, schöne Couch, ne? Weg von dem so Hup! Auf Also hier komm'n schwer hoch dein leben und pass mal ganz kurz auf hier ich will mir ganz kurz was gucken mein schatz ja wenn ich glaube so ich bin auf dem schiff haben wir uns vor anders hingeportet vielleicht ich glaube ja kannst du noch was zu essen mitbringen irgendwie ja ich habe ein bisschen essen da auch so was ganz dringend oder das kann auch nicht sein du bist du nicht mehr auf deinen planeten also aus dem schiff und dann zum planeten ist jetzt wieder ganz anders oder wie das weiß ich eben nicht hat so schön aber unser haus ist weg die unser haus ist weg ich bin nicht mal zu dir kurz ich höre dich schießen auch so braucht es essen ne? Warte mal, ich schau mal, was ich noch essen kann. Ich hab noch... Der Typ ja. Aua, aua, aua. Ich geh rechts hoch. Ups. Wird auch die Waffe weg sein, ne? Denn ich weiß nicht, wo unser Haus ist mehr, ne? Zumindest nicht mehr auf diesem Planeten hier. Meinst du, dass wir uns vielleicht irgendwo anders... also sind, irgendwo anders hingefordert haben? Es kann sein, dass wir auf deinem Planeten gebaut haben. Und wir kommen immer zu deinem Planeten. Äh, zu meinem hier. Entschuldigung? Achtung! Achtung! Was ist das jetzt? Ah, das heißt ich komm da nicht hoch Alter, wie sich das Ding geschleudert hat eben, hast du es gesehen? Ja Wäsche trockner ist ein Scheiß dagegen Du meinst, Cole, eher Waschmaschine Warte, 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 warte Abwärts Alter Schwede, das Essen geht voll schnell runter Kommst mit? Kann nix essen, warte mal ganz kurz Ich dachte, die kann man essen Hier kann ich nicht essen, Mist Hast du was zu essen da noch, oder? Warte doch noch Ansonsten, ich hab noch Popcorn da und sowas Ansonsten, ich hab noch Popcorn da und sowas So So wurde also der Aufzug erfunden Richtig, zumindest nur abwärts Tomaten Oh Klopp Hier ist ne Möhre Hier ist ne Möhre Wollte sie grad abschießen Ja Die Möhre abschießen Gelernt wie man Möhrensaft herstellt Geil Eine Ente Aber ich möchte gerne wissen Wie wir hier drauf gelandet sind Auf dem Planeten Mh 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 Scheiße Hilf mir mal helf mir mal Helf mir mal Helf mir mal Schnell, schnell, schnell Hier hoch Alles Gute Ist ein Lieber, ne? Jetzt nicht mehr Ah, der Stein hier. Ich hau mir den Pixel. Theoretisch könnten wir jetzt mit dem Portal loslegen, ne? Dein Leben. Wir beamen uns mal. Scheiße, ich wollte mich eigentlich gar nicht beamen. Ähm... Hi! Okay, hier nicht lang. Das Ende. Okay. Achso, ich steck mal die Waffe weg. Falls irgendwie... Oh, mein Hundi! Ist lieber... Können wir mit ihm irgendwas machen? Ah, wir sind hier! Nice! Oh, ja. Sachen verkaufen. Au, ja. Oh, ja. Sachen verkaufen. Au, ja. Ähm... Oh, so wenig! Oh! Oh! Das Wetzling und so einen Scheiß kannst du nicht verkaufen. Nee. Oh, ich hab die Brunnenabdeckung übrigens. Hast du das... Den Rest davon? Ich glaube, ja. Kann man das Fleisch verkaufen? Für Null. Ja. Nein, ich hab die Holzkisten verkauft. Ich bleb... Nein. Doch. Genna Addon. Genna Addon. Gen Mode Upgrade. Hast du eigentlich die andere Bank, die andere Couch eingesammelt? Ja, hab ich. Okay. Gib mal auf. Mhm. Und den Lampion auch. Ja. Lange Holzfackel soll ich verkaufen? Oder auch aufgeben? Ich hab ein paar. Und wir gucken erst mal nach. Was wir da finden. Weil die Preise sind... Den kannst du nicht verkaufen, die. Nee, aber die Preise sind nicht grad so berauschend hier. Reisende Messzitter. Für 24 Dings. Hm? 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 Ach ja, jetzt kann ich nur diese... ...bomische blöde Waffe da... verkaufen. Da diesen Hammer, der eh nix bringt. Oh, ich kann endlich Brot machen. Was kann man denn da so schön kaufen? Batterien kannst du hier kaufen? Mhm. Verbandkosten 300. Ja, hier ist Kraftstoff eine gefährliche und frische Substanz abgesunken. Ah. Um den Hyperantrieb zu betreiben. Boah. Ich glaub das brauchen wir, ne? Kann das sein? Mhm. Ja, hier ist Kraftstoff. Ja, ich würde erstmal warten nur mit dem Ding. Wie gesagt, das mit dem Kaufen können wir nachher noch machen. Was? Ja? Wir kommen vom Schiff aus immer wieder hierher. Ja, jetzt habe ich zweimal gekauft, jetzt kriege ich es aber nicht wieder verkauft. Ne. Würde ich auch nicht machen wieder, also wenn du schon hast, dann... Soda 200... 200 Pixel zahlt sich die Soda. Ja. Das sind Wucherpreise. Du kannst... Hm? Aufgeweichtes Papier ist im Mülleimer. Das nehme ich mit. Hm? 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 Aha. Was bekommst du, wenn du einen Aspekt rasierst? Einen Menschen? Toll! Hörst du an wie Puschen der hier? Hm? 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 Puschen, isst du das? Hier kannst du kochen, ne? Hier. und wenn du mir kannst du doch mal, clothesанич birthday? Du kannst dich mit dir denn das, prägen? Ho시! Ich tue keine. Moment mal! So, ist zu hier? Okay. So, ich habe jetzt zubereitet. Zweimal Schokolade. Uh. Einmal Möhrensaft. Und zweimal Brot. Geil. Und Mais. Hab ich gekocht. Oh, ich heiß. Oh, du hast trinken. An dem Manipulator, den du hast, ist die Kapsel, da kannst du dich registrieren, damit du auch vom Schiff aus hierher kommst. New Bookmark, was ist das? Da kannst du dich hin manipulieren vom Schiff aus, wenn du das machst. Wirst du akzeptieren machen, ne? Ja? Ja. Dann kriegst du eine ganze Liste. Zurück zum Schiff. Das geht doch nicht. Oh, Lienchen. Outpost in Shop 2. Outpost in Saar. Ah? Lass deine Schrottkarren hier reparieren. Ah. Ein Autoschiff. Dann red mit unserem Händler. Wurde noch weiter nach unten gehen, mal. Kannst ja nach unten reingehen. Ach ja. Ja, stimmt. Autsch. Man, no. Immer so stürmisch, die Frau gleich, wa? Oh. Where come to the attack? Oh. Okay, krass. Hier können wir noch was machen. Hm, irgendwas einfärben. Hm? Und irgendwas craften, auf jeden Fall. I, aufgeweichtes Papier. Oh. New Crest. Würdest du mir... Aus Versehen, ja. Äh, aufpassen, aber nicht weg... Äh. Ah, ich nehm's noch nicht an. Ne. Ich nehm's nur ab. Hey, Herr Oberl, noch ein Bier. Äh. Ich? Wenn wir schon hier sitzen, dann könnten wir mal ganz kurz ne kleine Pause machen, oder? Ja, machen wir. Machen wir hier ein kleines Folgenpäuschen. Dann frühstücken wir. Machen wir Mittag. Und machen Abendbrot. Genau. Bis dahin, Freunde. Bis gleich. Tschüss. Yay. Tschüss.